Guten Tag, ich heiße Asma. Mein Nachname ist Mamadova. Ich bin 15 Jahre alt. Ich liebe mit meiner Familie in Baku. In meiner Familie besteht aus fünf Personen. Mein Vater, Mutter und zwei Brüder. Mein Vater heißt Emil. Meine Mutter heißt Micheban. Und meine Brüder sind Nisami und Elda. Mein Vater arbeitet als Wirtschaftsbrüder. Meine Mutter arbeitet nicht, weil sie Hausfrau ist. In Zukunft werden ihr Bewirtschaftsbrüder, wie mein Vater. Ich gehe zur Schule. Mein Lieblingsfahrer ist Mathematik, Englisch und Sport. Ich habe ein Hobby. Mein Hobby ist Schwimmen und Melen. Vielen Dank.